So planst du deine Steuerberaterprüfungsvorbereitung richtig. Planung ist, wie fast immer im Leben, das A und O, um erfolgreich zu sein. Aber warum tun sich so viele Prüflinge so verdammt schwer damit und warum gelingt diese Planung ganz, ganz häufig nicht? Wir wollen heute mal auf das größte Problem bei der Planung blicken und dann natürlich auch konkret dir mitgeben, was du bei deiner richtigen, erfolgreichen Planung unbedingt berücksichtigen musst. Viel Spaß mit dem heutigen Video. Und damit Hallo und herzlich Willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute geht es mal um deine Planung für deinen persönlichen Examenserfolg, also ein ganz fundamental wichtiges Thema. Mein Name ist Malu Steinecke, ich bin selbst Steuerberater und Dozent sowie Geschäftsführer der ESA-Examensvorbereitung GmbH. Dort helfen wir dir gemeinsam mit unserem Team durch unser individuelles und ganzheitliches Prüfungsvorbereitungskonzept dabei, dass auch du deinen Steuerberaterexamen erfolgreich meistern kannst. Und Teil dieser ganzheitlichen Vorbereitung ist natürlich auch, den richtigen Plan auszuarbeiten, der notwendig ist, um im Examen erfolgreich zu sein. Aber warum scheitern so viele Prüflinge immer wieder an der richtigen Planung? Dafür müssen wir zunächst einmal so ein bisschen tiefer gehen und uns mit der Definition beschäftigen. Was bedeutet Planen letztendlich eigentlich konkret? Die Definition sinngemäß übertragen versteht sich, bedeutet so viel wie der Weg oder die Maßnahmen, die erforderlich sind, um von einer Ausgangssituation, also dem Startpunkt, dem aktuellen Ist-Zustand, zu einem gewünschten Soll-Zustand zu gelangen. Übertragen bedeutet das, oder so ein bisschen grafisch aufbereitet, du willst zu diesem Punkt B gelangen und du bist jetzt hier unten am Punkt A1. Das bedeutet, wenn du hier unten startest, dann wäre jetzt rein grafisch betrachtet, das natürlich der richtige Plan, um dort hinzukommen. Wenn du einen anderen Startpunkt hast, zum Beispiel A2, wäre das der richtige Weg beziehungsweise der Plan, den du befolgen solltest. Das werden wir gleich natürlich nochmal konkretisieren. Woran scheitern die Leute jetzt aber im Examen, in der Planung für ein erfolgreiches Bestehen des Steuerberaterexams? Nun, das hier ist relativ simpel. Wenn wir das übertragen, wir nehmen bei uns gerne mal das Beispiel der Deutschlandkarte. Sagen wir mal hier, B ist das Ziel Köln, A2 ist Hamburg, A1 ist München. Wenn du aus München startest, dann musst du natürlich einen anderen Weg einschlagen, um nach Köln zu gelangen, als wenn du von Hamburg losfährst. Das ist in dem Navigationsbeispiel ganz nachvollziehbar, ganz simpel dargestellt, aber so ist es letztendlich auch im Steuerberaterexamen. Aber der Reihe nach, die wichtigsten Punkte, wo wirklich die Probleme entstehen, ist an der Lokation der Zielorte. Das bedeutet, übertragen aufs Examen, was genau ist denn dein konkretes Ziel beziehungsweise der gewünschte Sollzustand, wo der Plan dich denn hinbringen soll? Jetzt wirst du sagen, ich möchte das Steuerberaterexamen bestehen. Das ist ein Ziel, ja, definitiv, aber was genau bedeutet das denn? Was genau ist denn dieser Sollzustand, den du erreichen möchtest? Das ist ein etwas abstraktes Ziel, womit du nichts konkret anfangen kannst. Jetzt sagen viele, ja, okay, ich muss die drei Klausuren im Durchschnitt mit mindestens 4,5 bestehen, jetzt einmal nur auf schriftliche Examen übertragen. Ja, das ist schon etwas konkreter, aber auch das sind keine konkreten Anforderungen, die du erfüllen musst, um das Examen zu bestehen. Das bedeutet, diese Zahl 4,5 bringt dich auch nicht weiter. Das ist eine Definition, die konkreter ist als das Bestehen des Exams, das ist klar, aber noch viel, viel, viel zu oberflächlich, um daraus konkrete Maßnahmen ableiten zu können. Denn du musst exakt definieren, was die Anforderungen sind, um a, Messbarkeit zu schaffen und dir vor allem zu überlegen, was brauche ich, um da hinzukommen. Wenn du nur sagst, ja, ich möchte, um auf die Deutschlandkarte zurückzukommen, ich möchte irgendwie in Deutschland landen, so unkonkret, dann wirst du natürlich daraus keine konkreten Maßnahmen ableiten, sondern du willst ja sozusagen zu einem ganz, ganz spezifischen Ort gelangen. Und dafür brauchst du natürlich dann auch erstmal eine gewisse Vorarbeit. Und das ist der Casus Knactus, wie man so schön sagt, um auch gleich auf die Lösung zurückzukommen. Was sind die konkreten Anforderungen im Examen, um auf diese Mindesthörde zu kommen? Wenn du gerade startest mit der Examsvorbereitung, wenn du mittendrin bist, aber auch die meisten, die selbst erfolgreich das Examen geschrieben haben, können dir nicht exakt sagen, was die Anforderungen sind. Das ist natürlich extrem komplex, sonst wäre es ja leicht, wenn du es vor Augen sehen würdest, okay, das, das und das sind die jeweiligen Anforderungen und dann kann ich schauen, wo stehe ich gerade, was brauche ich? Das ist aber das Problem. Das heißt, gerade in diesem Schritt 1 exakt zu definieren, wo will ich hin, was benötige ich, das ist das große Fragezeichen. Und damit beschäftigen sich die wenigsten, wieso, weshalb, warum, gleich mehr. Heißt, du musst im inhaltlichen Bereich exakt schauen, in der Themenbreite, was benötige ich, in der Thementiefe, wie tief muss ich in die einzelnen Themen einsteigen, in dem einen Thema tiefer logischerweise als in dem anderen, um auf dieses Niveau zu kommen. Was kann ich weglassen, was kann ich guten Gewissens weglassen sozusagen und worauf kommt es wirklich an? Inhaltlich, dann methodisch, Klausurtechnik, was genau benötige ich vom Handwerkszeug her, um diese 4,5 zu erreichen? Welche klausurtaktischen Fertigkeiten muss ich mitbringen? Ich sage mal in dem Beispiel das Schweizer Taschenmesser, welche verschiedenen Werkzeuge brauche ich da in meinem Baukasten, um die verschiedenen Probleme in den Klausuren auch erfolgreich meistern zu können? Und so kann man immer detaillierter weiter runtergehen, die Klausurroutine, das Tempo, was daraus abgeleitet wird und, und, und. Das sind sozusagen wesentliche Aspekte, die du für dich möglichst exakt definieren können musst. Wenn du sagst, ich möchte wirklich planen und daraus abgeleitet, kannst du jetzt vielleicht schon erkennen, okay, eine Kursauswahl, welche Kurse ich belege im Rahmen der Examsvorbereitung, ist nicht der Plan, um das Examen zu bestehen. Das ist dann, okay, ich baue mir jetzt irgendwas zusammen und drücke dann die Daumen, dass ich dadurch das Examen bestehe. Aber das ist keine Planung, wie gelange ich von Punkt A zu Punkt B, sondern dadurch fühlst du nur deine Zeit, in der Hoffnung, dass das Ganze dann funktioniert. Du hoffst sozusagen, dass das, der Kurs, den du dann jeweils auswählst, genau das erreichen soll. Aber wo ist das Problem? Das Zweite ist, dass A auch so dort nicht gearbeitet wird, aber der entscheidende Punkt ist, du startest ja an einem ganz individuellen Punkt. Punkt Bedeutet, wenn du hier loslegst in München und nach Köln willst oder in Hamburg, dann brauchst du natürlich unterschiedliche Maßnahmen, einen unterschiedlichen Weg, um dorthin erfolgreich zu gelangen. Und das ist eben ein ganz entscheidender Punkt. Wenn du sagst, ich habe hier einen Kurs, da bekomme ich Einheitsbrei, dann kannst du nur hoffen, dass das der Weg dorthin ist und du dann sozusagen an dem richtigen Startort sozusagen losgelegt hast. Aber die Analyse vorab ist so verdammt wichtig, wenn du sagst, wo starte ich, was kann ich, was kann ich nicht, was bringe ich wirklich schon mit, was sind aber auch Defizite, was gar nicht schlimm ist. Du sollst ja nicht auf Examsniveau schon starten, sonst würdest du dich nicht 12, 15 oder 18 Monate vorbereiten. Und erst wenn du den ersten Schritt gemacht hast, daraus abgeleitet sozusagen für diese Bereiche, die wichtig sind, genau weißt, wo stehe ich gerade, dann kannst du zum dritten Schritt übergehen und dann überlegen, was sind wirklich gezielte und geeignete Maßnahmen, also der Weg, um von Punkt A, zweiter Schritt, zu Punkt B, Ziel, erster Schritt, zu gelangen. Dass das natürlich dann auch nochmal Schwierigkeiten mit sich bringt, wie erreiche ich denn jetzt sozusagen das Level, wie kann ich am besten Fortschritte machen, das ist natürlich auch ein Konglomerat von verschiedenen Punkten, die beachtet werden müssen, aber das ist der Weg runtergebrochen, wie du erfolgreich planst im Steuerberaterexamen. Und wenn du jetzt sagst, das ist sinnvoll und das brauche ich auch, dann bist du wie immer herzlich eingeladen, dann werden wir nämlich mal die drei Schritte bei dir konkret implementieren und gemeinsam durchsprechen. Und dazu kannst du dich mal auf ein kostenloses Beratungsgespräch bei uns melden. Den Link dazu blenden wir wie immer unter dem Video ein und da finden wir dann gemeinsam heraus, wo stehst du gerade und was sind geeignete Schritte, um dann zu dem gewünschten Ziel zu gelangen. Und ansonsten, wenn du sagst, ich habe schon geplant, reflektiere natürlich sorgfältig, ist das wirklich das, wie ich diese Punkte erfolgreich abhaken kann oder muss ich das Ganze vielleicht nochmal für mich persönlich überdenken. Wir sehen uns dann hoffentlich auch im kommenden Video wieder. Bis dahin, dein Malo.